Ich bin sehr kritisch und ich kann einfach nicht aus meiner Haut. Was soll ich also tun? Und damit Ahoi Küstenkinder und willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute habe ich euch ein Set der Firma Kobi mitgebracht. Diese Firma habe ich hier schon lange nicht mehr vorgestellt. Und das hat auch Gründe tatsächlich gehabt, auf die ich gleich etwas näher eingehen möchte. Und ich befürchte, dass ich ganz miese, fiese, böse Kommentare hier unter dem Video bekommen werde. Aber ich kann es nicht ändern. Ich sage jetzt das, was ich von dem Produkt halte, wie ich es empfinde und wie es mir dabei geht. Das kann jeder gerne anders sehen. Ich weiß, dass Kobi sehr hoch angesehen ist in der Klemmbausch der Welt. Jedenfalls ist es das, was ich so mitbekomme. Und dass denen eine sehr, 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 sehr gute Steinequalität zugesagt wird. Besser als bei Degu, die beste Qualität, dies, das und sowas. Alles höre ich, sehe ich, lese ich. Ich selbst mache diese Erfahrung eben leider nicht. Und darüber kann ich nur berichten, wie ich es wahrnehme. Ich versuche es möglichst, möglichst objektiv zu begründen. Am Ende ist es natürlich alles immer nur subjektiv. Heute steht hier nun also ein ganz neues Set von Kobi für euch bereit. Und zwar aus der Arm Forces Serie von Kobi. Die 5835 aus dem Jahr 2023. Februar um genau zu sein. Die Bell Boeing V22 Osprey. Lego hatte dieses Modell eines Flugzeugs auch schon mal in der Pipeline. Auch schon mal so irgendwie halbwegs veröffentlicht. Dann aber wieder zurückgerudert, weil es ja ein offensichtlich Militärflugzeug ist. Jetzt eben hier von Kobi in der First Flight Variante. Also in der Erstflugvariante. Die gibt es auch noch in einer anderen Farbe. In Grau, wenn ich mich nicht ganz täusche. Das ist dann quasi die fertige Variante, wie sie dann im Militäreinsatz auch zu finden ist. Wir haben hier eine UVP von 79,99 Euro. 1.136 Teile. Damit sind wir bei einem Teilepreis von 7,04 Cent. Der klingt tatsächlich erstmal gar nicht so teuer. Aber das Set wiegt hier 757 Gramm. Damit haben wir noch einen 100 Grammpreis von 10,57 Euro. Und damit bewegen wir uns in Richtung Lego. Kobi ordnet sich hier also preislich in meinen Augen kurz vor Lego ein. Und damit erwarte ich natürlich eine hohe Qualität. Dazu muss man sagen, Kobi, nicht Lego, was schön wäre es, Kobi verwendet nur Drucke in ihren Sets. Also in dem Fall jetzt hier und keine Aufkleber. Das ist ein Vorteil für diese Art der Modelle, wie ich finde. Und ich sage extra Modelle, weil das ist es am Ende des Tages ist es mehr Modell als Klemmbaustein-Spielzeug. Nun, warum gab es so lange hier kein Kobi-Set von mir auf diesem Kanal? Zum einen, weil es viele andere YouTuber gibt, die sehr, sehr viele Kobi-Sets vorstellen, das auch sehr gut machen. Dann muss ich das nicht auch noch machen. So denke ich mir. Allerdings könnte ich das auch bei Lego sagen. Ich habe bei Kobi in der Vergangenheit nicht so den Spaß an den Produkten gehabt. Und die hatten keine Produkte, die mich so sehr gereizt haben, dass ich sie vorstellen wollen würde. Kobi hat halt sehr, sehr, sehr viele Militärfahrzeuge, Panzer aller Art. Und Kobi hat jetzt neuerdings auch seit einem Jahr oder so ungefähr, glaube ich, ist das, auch größere Automodelle. So, jetzt habe ich ja von Kobi einmal den Leopard 2 gebaut hier auf diesem Kanal und einmal ein Auto. Was war das? War das der Opel? Die Schwarze Witwe war das, glaube ich. Und beim Leopard hatte ich das Problem, größte Qualitätsmängel zu haben, die ich für den Preis nicht akzeptieren konnte. Bei der Schwarzen Witwe hat mir der Baum nicht so richtig Spaß gemacht und ich fand, da waren nicht genug Details drin. Mir hat so ein bisschen der Feinstift gefehlt und ich hatte so das Gefühl, ach, Kobi ist nicht so meins. Ist nicht so mein Feeling. Aber ich höre jetzt immer wieder, die Qualität passt und Kobi ist so toll und hier und da. Und deswegen habe ich mir jetzt gedacht, ich schaue mir nochmal Kobi an, hole mir ein Flugzeug, was nicht direkt ein Militärflugzeug auf Bild ist. Ich bin ganz vorsichtig, weil es ist ein Flugzeuggarbe, sieht ein bisschen zivil aus, ist natürlich ein Militärflugzeug. An sich ist die First Flight Edition, gefällt mir sehr gut, weil es nicht Tarnfleck ist oder so, wie auch immer. Aber ich habe mir gedacht, Mensch, guck dir mal Kobi jetzt nochmal an und dann holst du dir mal Neues etwas rausbringen, weil neuer und besser kann die Qualität dann ja eigentlich nicht sein. Aber ich stelle hier die gleichen Probleme fest, wie sie in der Vergangenheit da waren und ich bin dann nicht bereit, das Geld dafür zu bezahlen, muss ich ehrlich sagen. Aber schauen wir uns jetzt erstmal die Verpackung an. Die sieht so aus, die ist schön gestaltet und ich muss auch ganz ehrlich sagen, die war auch nicht besonders voll. Ich glaube auch so bis hier nach hier vorne mindestens war Luft drin. Ich habe das im Livestream einmal ausgepackt und angefangen zu bauen und auch gezeigt, wie voll die Verpackung war. Das Ziel mit dem Anfang vom Stream, könnt ihr vielleicht mal reinschauen, wenn es euch interessiert, sonst glaubt es mir einfach. Die war auch nicht besonders gut gefüllt, genauso wie bei Lego, genauso wie bei anderen Herstellern. Richtig voll machen sie die Verpackung alle nicht mehr. Aber die Gestaltung finde ich sehr schön, von vorne sehr klar strukturiert, was es ist, in welcher Serie wir uns bewegen. Hier einmal die offiziellen Lizenzgeschichten, das ist eine offizielle Lizenz, die Setnummer oben in der Ecke, das Kobisymbol auf der anderen Seite. Teilanzahl, Minifigurenanzahl, Bezeichnung und der Maßstab 1 zu 48. Das ist bei Kobisymbol cool, dass sie Maßstäbe verwenden. Auf der Seite, ich zeige es euch mal einfach, weil es was anderes ist als sonst immer, haben wir nochmal so ein paar Abbildungen, wie groß das gute Stück ist. Am Ende des Tages sind es fertig aufgebaut. Und auf der Rückseite haben wir dann diese Geschichten hier, was die für eine Funktion hat, die bei Boeing hier. Die Figur nochmal größer abgebildet, einmal technische Daten und ein Foto des echten Flugzeugs der First Flight Edition. Und ich muss sagen, haben sie ziemlich gut getroffen auf den ersten Blick. Die Anleitung, die ist, was ich sagen kann, Kubi-typisch. Relativ dick jetzt hier auch. Okay, gut, kann ich mit leben. Die Seiten sind auch ein bisschen dicker als bei Lego zum Beispiel. Das Format ist ein relativ großes. Das nimmt sehr viel Platz auf dem Tisch weg. Wie ich finde, viele mögen sowas, weil die Abbildungen ziemlich groß sind. Ich hätte es gerne lieber entweder kleiner oder die Möglichkeit, das digital zu bauen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das geht bei Kubi nicht, oder? Falls man doch digitale Anleitung bekommen kann, schreibt mir das gerne in die Kommentare, dann habe ich es irgendwie verpasst bis jetzt. Auf der Rückseite sind so ein bisschen Werbungsthemen drauf, was es noch so alles gibt. Die Kubi-Anleitung ist so aufgebaut, dass das Gebaute, was bisher schon fertig gebaut ist, ausgeblichen dargestellt wird. Alles Neue ist in Vollfarbe dargestellt. Ja, bei Grau und Weiß ist das manchmal ein bisschen schwierig zu sehen. Generell ist damit okay zu bauen. Wenn, so wie ich, jemand lange Kubi nicht gebaut hat, hat man damit Schwierigkeiten. Vor allem, wenn man nebenbei noch quatscht in so einem Stream. Oh Gott, ich war echt langsam die ersten Schritte. Liegt aber nicht an Kubi an sich. Dennoch wünsche ich mir Anleitungen lieber, hätte ich Anleitungen lieber, wo die Farbe ausgeblichen dargestellt wird. Das sind für mich die besten Anleitungen. Lego-Anleitungen sind auch okay mit Vollfarbe. Kubi-Range steht bei mir sogar noch eher dahinter. Dieses Ausgrauen mag ich jetzt nicht so, weil vor allem auch Drucke da nicht mehr zu erkennen sind. Und ich dann manchmal nicht weiß, naja, ihr wisst wahrscheinlich, worauf ich hinaus möchte. Die Minifiguren sind diese hier. Ich finde super, dass hier ganze Figuren dabei sind. Nicht nur Oberkörper. Im Flugzeugen war es in der Vergangenheit meines Wissens so, dass mir Oberkörper beigepackt worden sind. Jetzt haben wir ganze Figuren mit dabei. Ich mag die Kubi-Figuren mittlerweile sogar ziemlich gerne. Die haben eine witzige Form, um ehrlich zu sein. Sind schön ausgearbeitet. Die haben eine Nase und die haben hier eine schöne Gestaltung. Also, die Figuren finde ich cool. Sind wohl so angezogen, wie die Testpiloten damals angezogen gewesen sind. Die passen auch ins Flugzeug rein. Ich kann die Figuren nicht aufnobben. Die sitzen einfach lose drin, kuscheln ein bisschen, damit sie reinpassen. Aber ist völlig okay. Sonst wäre der Maßstab auch schwierig hinzubekommen hier. Die haben übrigens keine Nobbenaufnahmen hinten an den Beinen. Kubi-Figuren generell nicht. Die müssen wenn dann geklemmt werden. Hier fiel mir auf, dass ich die Figuren, dass ich die Beine noch komplett selbst zusammenbauen musste. Und die Füße anstecken musste. Ich glaube, das war bei vergangenen Sets jetzt auch nicht so. Da war nie, denke ich. Also der Unterteil war, glaube ich, schon fertig und zusammengesetzt. Aber ich kann es nicht mit Gewissheit sagen. Lassen wir uns nun Verpackung gegen echtes Modell tauschen. Ich hole die Osprey hier mal ins Bild. Und da könnt ihr sie auch schon sehen. Ihr seht die Form. Ich finde, sie ist sehr gut getroffen. Und wir schauen sie uns natürlich jetzt auch hier einmal aus der Nähe an. Die Formsprache ist natürlich exzellent getroffen. Es ist eindeutig zu sehen, was das hier sein soll. Ist klar, die haben sehr, sehr viele verschiedene Slopes, die andere Hersteller nicht haben. Die haben die Baurichtungsumkehr perfektioniert. Wie viele Umkehrsteine hier drin sind. Wie viele so kleine Noppen, so eine Bügelperlen, sagen manche, dabei sind, um hier Baurichtungen umzukehren. Ist schon faszinierend. Damit bekommt man natürlich mit normalen, mit Kobis normalen Steinen ohne besondere Formteile, sehr, sehr spannende Winkel und Formen hin. Das Ding ist ganz klar zum Hinstellen und als Display gedacht. Das ist so. Wäre aber stabil genug zum Bespielen. Also, Kobi sowieso immer noch sehr stabil. Ich finde, die Klemmkraft ist im Vergleich zu früher ein bisschen schwächer geworden. Was gut ist. Die war früher extrem stark. Und da Auseinander zu bauen, war eine Katastrophe gewesen. Jetzt ist das angenehm. Ich muss gleich am Anfang ein kleines bisschen meckern. Mir fehlt ein Teil tatsächlich. Hier fehlt eine einmal zwei Fliese. Da an der Stelle in schwarz. Die war wirklich dabei. Dafür war dabei einmal dieses Bracket-ähnliche Teil hier. In weiß. Wahrscheinlich ist das ein ähnliches Gewicht. Ist irgendwie reingerutscht. Das Teil, was ich brauche, fehlt. Passiert jedem mal. Aber ist natürlich, kaufe ich einmal wieder ein Kugelset, was gerade auf den Markt kommt. Und habe direkt einen Fehlteil dabei. Ist ein bisschen ärgerlich. Mal gucken, wo ich das herbekomme. Da gibt es bestimmt irgendeinen Ersatzteil-Service. Ja, aber ein bisschen die Stimmung auf den letzten Meter verhagelt. Aber gut, das, wie gesagt, habe ich bei anderen Herstellern auch. Das habe ich auch bei Lego gehabt. Und naja, es kommt leider vor. Also, wie gesagt. Die Optik, die Formgebung, die Struktur an sich. Superschön, wie ich finde. Sehr schön getroffen. Es ist wirklich ein aus Klemmbausteinen nahezu perfektes Modell von der allgemeinen Optik her. Besser kriege ich es mit Stein wahrscheinlich nicht hin. Wie gesagt, sehr viele spezielle Teile. Sehr viele spezielle Slops vor allem hier drin. Damit ich dieses Modell hinbekomme. Also speziell nur bei den Standard-Klemmbausteinenherstellern. Kobi hat ja generell die eigenen Teile. Das sind normale Teile. Bei Kobi ist das speziell im Vergleich zu zum Beispiel Lego-ähnlichen Steinen. Das möchte ich Ihnen mal ganz klar erwähnen. Alles, was ihr seht, sind Drucke. Hier ist nichts mit Aufkleber gelöst. Auch das ist sehr cool. Jetzt möchte ich direkt mal zwei Sachen optisch nennen, die mir nicht so gut gefallen. Die hätten mal noch besser umsetzen können. Und zwar sind das hier die Höhenruder. Zum einen, die sind sehr, sehr dick hier unten und sehr klobigen Höhenruder. Nach meiner Kenntnis, nach dem Bild, den ich gesehen habe, fällt das flach nach hinten ab. Jetzt könnte man sagen, ja, die Steine haben sie halt nicht. Aber die haben halt alle möglichen Slopes in ihrem Sortiment. Und ich finde, beim Höhenruder hätten sie da vielleicht auch ein bisschen kreativer werden können, um die anders zu gestalten. Auch das hintere ist hier sehr dick und klobig. Da haben sie es ein bisschen abgerundert sogar noch, zu Slope-ähnlichen Steinen. Hier eben einfach gar nicht. Das liegt daran, dass sie die Tragflächen und die Höhenruder auch so seitwärts gebaut haben und dann dran geklickt haben. Dann habe ich halt automatisch diese Brickbreite, die ich nicht vermeiden kann. Wenn ich jetzt hier mit Plates gearbeitet hätte, wo ich oben drauf Slopes setze, wäre ich nach hinten flach abgefallen. Also quasi so bauen, anstatt so seitwärts bauen und dann dran zu klicken. Dann hätte ich es flacher hinbekommen, bin ich der Meinung. Ich bin kein Konstrukteur und kein Designer, hätte ich mir aber gewünscht. Und ein Punkt noch, die Fahrwerkslösung. Das hier sind so Klappen, die ich einfach nur nach oben und wieder nach unten klappen kann. Da passiert nichts. Ich kann das Fahrwerk auch nicht einfahren oder sowas. Muss jetzt auch nicht. Ich finde es, wenn es so auf dem Ständer steht, auch okay mit ausgefahrenem Fahrwerk. Ich kann das jetzt abbauen, das Fahrwerk, die Räder wegmachen und die Klappen wegmachen und habe dafür Teile dabei. Die sind hier noch drin, um die offenen Stellen dann zu verkleiden und zu verschließen, damit ich nicht sehe, dass da mal ein Fahrwerk dran wird, das dann so platzieren zu können. Aber ich habe halt immer Steile, die rumfliegen. Da bin ich pingelig. Entweder habe ich jetzt die Räder, das ist das Fahrwerk, was ich rumliegen habe, oder ich habe diese Elemente, die ich jetzt rumliegen habe, wenn ich das platziere. Ich bin so ein Typ, ich wünsche mir einfach ein Set, was ich präsentiere, was ich hinstellen kann und was dann so komplett fertig ist und wo ich nicht noch irgendwie Zubehör dabei habe. Das mögen andere anders sehen. Ich mag es nicht. Ich weiß immer nicht, wohin mit dem Zeug. Und dann stört es mich. Also ich hätte es sogar cool gefunden, es einfach so zu lassen mit dem Fahrwerk. Dann wäre es zwar nicht so realitätsgetreuer, weil es Flugzeug... Wobei es startet gerade, ist das Fahrwerk vielleicht noch offen. Hätte man auch tatsächlich dran lassen können. Oder so zu bauen, dass ich es einklappen kann, dann wäre es mit dem Maßstab wieder schwierig, weil es anders aussieht. Ich hätte es so gelassen. Ich will aber auch nicht meckern, dass Teile extra dabei sind. Die sind halt gratis, kann ich woanders benutzen. Ich finde die Lösung einfach nur so ein bisschen unpraktisch. Und ich muss jetzt leider schimpfen, was die Steinequalität betrifft. Aber ich möchte immer mit den guten Sachen anfangen. Deswegen mache ich das jetzt auch hier. Die Drucke. Die Drucke sind sehr, sehr, sehr schön. Die haben eine sehr gute Qualität. Auch das hatte ich schon mal anders bei Kobi, aber die sind wirklich toll. Und ein Highlight gibt es bei den Drucken hier. Da haben sie sich wirklich viel Mühe gegeben. Also zunächst einmal schaut euch mal... Ups, oh Gott, die Gondel versaut mir den Fokus. Hier steht Bell Boeing drauf. So. Auf der anderen Seite steht auch nochmal Bell Boeing drauf. Da. Und das Witzige da ist, das hatte ich im Stream kurz gezeigt, dass bei diesem Bell Boeing auf meiner Seite, hier hinten, hier vorne, das Bell Boeing ziemlich weit oben an diesem 1x6 oder 1x7 Brick dran ist. Ich weiß nicht noch, was bei Kobi ist. Ich kann hier längst nicht automatisch erkennen, so wie bei Lego. Muss ich dran halten oder ausmessen. Also der Druck ist ziemlich weit oben an dem Brick. Und bei dem anderen ist der Druck ziemlich weit unten am Brick. Und da dachte ich erst, jetzt haben sie die schief bedruckt. Der eine ist weiter oben als der andere. Ne, ne, ne. Die beiden Seiten sind anders gebaut. Auf der einen Seite habe ich eine Plate extra drunter, die ich auf der anderen Seite nicht habe. Damit rutscht die Schrift optisch nach oben, beziehungsweise auf der anderen Seite nach unten. Und dadurch, dass sie das verschieden hoch auf den Bricks bedruckt haben, ist es so, wenn man so von vorne schaut und das genau vergleicht mit den beiden Seiten, auf der gleichen Höhe. Die Verbaubarkeit, die hat mir wirklich Spaß gemacht dieses Mal. Die Steine waren angenehm zu verbauen. Die haben sich gut klemmen lassen. Das war soft, das lief smooth. Ich hatte da wirklich keine Probleme. Es hat wirklich Spaß gemacht, weil es vor allem auch mal wieder was anderes war, als ich in der Vergangenheit immer gebaut habe. Aber jetzt komme ich zu den Sachen, die mir wirklich nicht gefallen und ich für den Preis leider auch so nicht akzeptieren kann und auch gar nicht akzeptieren möchte. Wir haben hier keine großen Formteilen in der Form. Wir haben Kobis normale Teile, die man als Spezialteile bezeichnen kann, aber keine Formteile. Hier ist alles Brickbild. Die Gondeln hier, also die Triebwerksgondeln sind Brickbild, die Tragflächen sind Brickbild, alles ist Brickbild. Aber die Steine haben, die sind nicht so homogen zueinander. Das muss ich leider feststellen. Ich habe hier sehr ungleichmäßige Spaltmaße. Auch wenn ich es fest andrücke, hebt es sich hier und da immer wieder ab. Ich habe wirklich ungleichmäßige Spaltmaße und ich habe einen Versatz in den Steinen in der Oberfläche. Dadurch fühlt es sich einfach so rifflig an. Es ist uneben, es ist einfach nicht eben. Das kann ich euch am besten tatsächlich hier zeigen. Ihr seht hier auch schon den Schattenwurf. Ihr hört es vielleicht, wenn ich hier drüber kratze. Das ist sehr, sehr, sehr uneben. Das habe ich bei Lego in der Vergangenheit auch oft kritisiert. Hier ist es noch viel ausgeprägter, dass ich hier so einen Versatz in den Steinen habe. Sehr, sehr große Abweichung in den Spaltmaßen zu den Steinen untereinander. Das fällt sehr auf. Das fällt vor allem, egal welche Seite ich euch zeige, auch hier hinten auf, komm mal her, mein Freund. Hier, jetzt ist der Fokus auf der Triebwerksgondel. Das ist aber echt ein bisschen schwierig hier. Herausforderend für mich, muss ich sagen. Also hier überall wirklich große, große Abweichungen zwischen den Steinen. Spaltmaße passen nicht. Ich spüre den Übergang deutlich hier. Und das zieht sich komplett durch. Und dadurch ist bei mir einfach das Urteil weiter da. Kobi bleibt bei mir Klobi. Das ist einfach ein klobiger, rustikaler Bau, der überdeckt wird mit Slopes, damit es nicht so auffällt. So richtig für die Garen und sind sie einfach nicht. Sind sie nicht? Da sind die Steine nicht auf dem Level, wo sie sein könnten. Und für den Preis meiner Marken nach sogar sein müssten. So Leute, und mein größtes Problem kommt jetzt. Und das ist die Oberflächenqualität der Steine. Und da bin ich maßlos enttäuscht. Maßlos enttäuscht. Habe ich hier China-Qualität? Eindeutig. Ich habe hier China-Qualität. Das ist nichts. Alle Oberflächen haben, also alle Steine haben auf den Oberflächen extreme Kratzer, Riefen, Matten, Ditches. Also vor allem Kratzer halt ganz stark drauf. Auf dem Weiß ist es nicht so zu sehen, als wäre es ein dunkles Set, dunkle Steine. Das ist sehr dankbar zum Glück, aber auf diesem Stand hier sehe ich es. Und das habe ich in der Vergangenheit schon gehabt. Da habe ich mich schon extrem hoch aufgeregt. Und ich muss es jetzt auch wieder tun. Das sieht einfach richtig schlecht aus. Das sieht richtig, richtig schlecht aus. Und das ist überhaupt nicht für den Preis gerechtfertigt. Ich bekomme ja wirklich alten, ramschigen Kunststoff für mein schönes, hochwertiges Modell, was ich mir ins Regal stellen möchte. Kann ich überhaupt nicht akzeptieren. Und verstehe ich auch nicht. Das schwarze hat genauso eine siffige Qualität wie bei Lego. Es ist eher so ein grauen Matsch. Wie man das als besser bezeichnen kann, würde ich nicht wissen wollen. Jetzt gucken wir uns die Steine mal aus der Nähe an. Und ich hoffe, ich kann es euch zeigen. Ja, ich kann es euch zeigen. Ich sehe es auf jeden Fall auf meinem Bildschirm. Schaut mal die Fliese in der Mitte. Das, was ihr da so gräulich seht, sind alles extreme Kratzer. Komplett. Klar, da ist ein Glanz drauf, aber die Steine sind alle zerrieft und zerriffen. Und auch hier vorne die Fliese. Ich weiß nicht, könnt ihr das, könnt ihr euch das zeigen? Wartet mal. Da, die hier. Weiß ich nicht, wie ihr das sehen könnt. Sehr, sehr, sehr zerkratzt. Also, eigentlich egal, wo ihr hinguckt. Ihr seht es hier unten, da in der Reflexion, mega Macken. Ihr seht hier, mega Macken. In der mittleren Geschichte, wie gesagt. Und da wird es zu hell vielleicht. Aber hier kann man es vielleicht ein bisschen jetzt wieder sehen. Um die Ecke vielleicht erkennbar. Weiß ich nicht. Glaubt es mir, also extrem zerschrammt. Also, als hätte ich das Ding genommen, ohne die Stützen hier, und einmal über den Tisch gerieben. Wie ein Verrückter. Komm, gib ihn. Immer reiben, reiben, reiben. Ja, jetzt ist es schön. Na, da geht noch was. Es glänzt noch zu sehr. Es ist noch zu glatt. Noch mal reiben. Komm, immer drauf. Das sieht richtig schlecht aus. Also, für das Geld nicht akzeptabel. Das macht Lego um Welten besser. Jetzt schwarz ist bei Lego einfach nur ein grauer Matsch. Genauso wie hier. Aber die Oberflächen sind da immer noch um Welten besser. Und wie viele Kommentare habe ich gelesen? Mach mal Kobi. Die beste Teilequalität. Richtig gut. Perfekt. Kommt keiner ran. Und hier und da. Auf gar keinen Fall. Niemals die beste Teilequalität. Also, da sind teilweise Fliesen von Goldbricks besser. Und die sind schon zerkratzt. Als die, die ich hier in der Mitte zum Beispiel habe. Das ist gar nichts. Das ist überhaupt nichts. Muss ich ganz ehrlich so sagen. Könnt ihr mir böse Kommentare reinschreiben, wie ihr jetzt möchtet. Tut mir leid. Aber das ist leider nichts für das Geld. Also, wer hier gute Qualität in Optik erwartet, wird bei dem Schwarz bei Kobi sehr enttäuscht. Jetzt noch zwei Kleinigkeiten, die für ein Displaymodell nicht wichtig sind. Aber für mich schon wichtig sind. Das Rotorblatt hier. Also, der Rotor dreht sich so einigermaßen. Der dreht sich viel besser. Also, auch hier. Ja. Leichte Inkonsistenz in den Teilen. Und die Triebwerksgondeln sind sehr simpel aufgehangen. Ich habe hier keinen Turntable oder irgendwie sowas. Huch, jetzt flutscht es mich hier ab. Es hält natürlich sehr, sehr gut. Das ist gar keine Frage. Das ist einfach nur mit so einer Platten-Modified, mit einer Noppe oben drauf, in dieses Element reingesteckt. Und damit habe ich quasi die Drehung der Rotorblätter hier gewährleistet. Hier fehlt Kobi an Technik oder an Turntable-Teilen. Ich weiß gar nicht, wie man dazu sagen soll. Es wird einfach nur so drauf geditscht hier. Und dann ist es das. Und dann habe ich hier die Positionierung. Es ist für ein Displaymodell, wie gesagt, okay. Irgendwie wäre es schöner, wenn hier irgendwas mit Technik teilgelöst ist. Ich weiß, das hat Kobi jetzt nicht so, ja. Aber würde ich mir trotzdem wünschen. Man darf sich ja auch Sachen wünschen, oder? Wie gesagt, als Display ist es in Ordnung. Es hält. Man darf eben nicht zu viel erwarten. Naja, qualitätstechnisch ist das hier eben nicht das. Plus Ultra ist es nicht. Und das zeichnet sich auch bei den anderen Funktionen ab. Ich habe hier unten so Klappen. Das ist eine Luke, besser gesagt. Und die kriege ich auch halt nur sehr schwer auf. Da ist kein Griff. Das ist auch wieder so klobig. Einfach nur Platedicke quasi. Die kann ich da reingucken. Da ist so ein kleiner Haken unten noch drin. Kann man wahrscheinlich irgendwas aufhängen oder so. Oder was abseilen eigentlich. Und dann mache ich die wieder zu, diese grobe Klappe. Und dann ist die irgendwann hier zu. Sehr stark auf Spannung. Und jetzt muss ich die irgendwie wieder aufpulen, wenn ich sie aufkriegen will. Ist halt nicht zum Bespielen. Ist einmal zum Aufmachen, zum Hinstellen. Dann ist es fertig. Aber würde ich mir für die Grana wünschen, auch hier hinten die Luke. Die kann ich eben hier auch noch aufklappen. Das kann ich machen. Und jetzt sehen wir, dass es sich hier einmal ablöst. Weil hier natürlich Bewegung drauf ist. Und das ist hier mit Balljoins gelöst. Und nicht mit Hinge Bricks oder irgendwas in der Form, was leichtgängiger wäre. Und dann kann ich hier noch reingucken. Und habe hier noch sowas wie einen kleinen Laderaum drin. Aber viel mehr ist hier drin dann auch nicht los. Also ich kann dann vorne durchgucken. Und das ist es gewesen am Ende. Und habe quasi das Mauerwerk nochmal von innen zu sehen. Von diesen vielen kleinen Slopes und Plates und Bricks. Und das ist halt sehr, sehr rustikal. Und damit komme ich zu meinem Fazit. Und das ist tatsächlich ein ähnliches Fazit, wie ich es bei vielen Leo-Sets habe. Und ihr habt vielleicht an dem Video gemerkt, dass ich diesmal nicht so die sarkastischen, witzigen Spießingen gemacht habe. Das Video auch etwas länger gegangen ist. Ich habe möglichst sachlich versucht zu begründen, warum ich das so sehe. Weil ich ahne, dass ich dafür zerfetzt werde von vielen Kobi-Fans. Und es tut mir auch irgendwo leid. Aber ich kann nicht nur das sagen, was ich das Gefühl habe. Und jetzt, ich möchte allen vor Augen halten. Genau wie ich es bei Lego zum Beispiel immer mache. Oder bei anderen teuren Sachen, wo die Qualität nicht stimmt. Ich zahle hierfür eine UVP von 80 Euro. Die zahle ich wahrscheinlich nicht. Ich habe, glaube ich, dafür knapp 70 Euro bezahlt. Aber 70 Euro. 70. 70 Euro erwarte ich eine sehr, sehr gute Qualität des Kunststoffs und der Konstruktion. Die Konstruktion ist okay. Die ist gut, die passt, die ist gut. Völlig in Ordnung. Die Qualität der Steine des Kunststoffs eben nicht. Die Oberflächen sind unter aller Sau. Die sind wirklich nicht gut. Beim Weiß fällt es halt eben nicht auf. Das Schwarz ist wirklich furchtbar. Mich stört das richtig. Wenn ich hier drauf gucke, ich sehe das hier, diese Kratzer hier drin. Und das ist richtig, richtig schlecht. Die Fugen zwischen den Steinen. Die ungleichmäßigen Abstände zwischen den Steinen. Die Unebenheiten. Dieser kleinteilige Bau, der dann mit noch mehr Unruhe erzeugt. Ich meine, Kubi tut alles dafür, dass ich keine Noppen sehe, damit es möglichst glatt von außen ist. Mit deren verschiedensten Fliesen, Invert-Details, alles mögliche. Und dann haben sie halt die Seitenflächen der Steine so schlecht im Finish, dass sie so ruppig und kantig aussehen, dass es doch wieder auffällt, dass das Ding zusammengeklöppelt ist aus vielen, vielen Kleinteilen. Und am Ende ist es das dann nicht, wofür ich ruhigem Gewissen 70 Euro ausgeben möchte. Kann ich leider nicht von meinem Gewissen vor allem von uns sagen, richtig geil, Top-Empfehlung. Ob man das Konzept mag, so einen Modellbau quasi aus Baustellen zusammenzubauen oder ob man sagt, dann kann ich mir auch gleich ein echtes Modellbauflugzeug dahin stellen. Das ist jedem absolut selbst so. Das ist absolute Geschmackssache. Ich finde, das hat seine Daseinsberechtigung ganz, ganz klar. Aber wie ich es gerade sagte, die Punkte, die ich genannt habe, müssen für mich einfach besser werden, damit ich Kobi hier hoch in den Himmel loben kann. Momentan sind die für mich qualitativ nicht besser als Lego. Sind da auch nicht nah dran, die zu überholen. Finde ich nicht. Die sind gut, die sind okay. Aber eben in meinen Augen dann einfach doch zu teuer. Und den Preis jetzt einfach nur durch Drucke zu rechtfertigen, finde ich auch nicht okay. Ja, die kosten mehr, das kann ich verstehen. Aber die Drucker helfen mir auch nicht dabei, die restlichen Qualitätsmenge zu übersehen. Das macht sich besser. Da muss ich, da muss ich in meinen Augen als Firma eben einen Mittelweg finden. Und wenn man sagt, ist okay so für mich, dann ist es okay so. Aber dann muss es mir auch erlaubt sein, das anzusprechen, was ich persönlich als Qualität nicht gut empfinde. Und das habe ich jetzt einfach hier so gemacht. Damit ist alles gesagt, was ich zu diesem Set zu sagen hatte. Ich hoffe, ihr konntet meine Kritik an diesem Set, mein Feedback zu diesem Set nachvollziehen. Ich hoffe, ich habe es für euch möglichst gut dargestellt und strukturiert. Und ihr habt nachvollziehen können, warum ich eben nicht finde, dass Kobi hier über alle Maße gelobt werden kann und sollte. Vielleicht interessiert es auch einfach keinen Menschen. Ist mir auch egal. Ich habe trotzdem meinen Senf dazu abgegeben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Und dann sehen wir uns bestimmt ganz bald im nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich natürlich wie immer alles Gute und Tschüss hier von eurer Steinküste. Ich bin auf dieser Seite. Und dann sehen wir uns schon wieder.